Ich seh ihn. Flankt. Lol, Alter, wo der ist? Der ist nördwestlich von uns. Du hast mich verarscht, oder was? Der flankt am Arsch der Welt unten. Oh-oh. Gilly. Das ist der Feind. Kommt auf mich zu? Ja, wie gesagt, bin ich weit weg gerade. Hast du ihn? Nee, der packt rum. Der lag wie Sau. Halbgilly. Was ist der? Der ist südlich von uns. Sorry. Ich hab grad einen anderen noch gesehen, der was hier flankt. Den warte ich grad. Kommt auf mich zu, ich seh'n. Da sind sogar zwei Spieler. Der rennt jetzt weiter und flenkt weiter außen. Kommt auf mich herum. Ach, du's. Zwei Spieler hier. Beide tot. Nice, nice. Das ist dieser. 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 Das ist dieser.